Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den besten LED Taschenlampe Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten LED Taschenlampe Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die magnetische LED Taschenlampe. Die Caron Cop LED Taschenlampe ist mit einem Magnetclip ausgestattet, so dass Sie Ihre Hände kostenlos haben, wenn Sie Erfindungen machen. Zusammen mit dem LED Licht verfügt diese Version über einen Cop-Strahler, den Sie auf Knopfdruck auswählen können. Laut Amazon.com Beschreibung eignet sich das Cop-Seitenlicht für Not-Reparaturarbeiten und auch als Rettungswarnleuchte. Durch die Fokusfunktion können Breite und Länge des Lichtstrahls unterschiedlich sein. Die Taschenlampe verwendet Sie entweder einen hohen Lichtstrahl oder eine pflegendeckende Flutlampe. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Anker LC40 2-Pack LED. Das LC40 Taschenlampen-Modell von Anker hat eine Lichtstärke von 400 Blumen. Die CRE-LEDs, die in dieser Lampe verwendet werden, emittieren Licht in einer Reichweite von etwa 180 Metern. Laut dem Hersteller erhalten Sie eine belastbare und auch zuverlässige Version. Darüber hinaus ist diese Taschenlampen nach IP65 wasserdicht und kann auch starken Regen ertragen. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt, was bedeutet, dass es robust und immun sein sollte. Die 3 3A-Batterien, die für den Eingriff benötigt werden, versorgen Sie mit einer Beleuchtungszeit von 4 Stunden. Auf Platz 3 haben wir die Anker LC90 LED-Taschenlampe. Die LC90 Boulder LED-Taschenlampe von Anker garantiert Ihnen eine starke Helligkeit von 900 Lumen, was bedeutet, dass Sie einen Lichtstrahl von bis zu 200 Metern freisetzen kann. Dafür sorgen die verwendeten CRE-LEDs. Dieses Modell hat auch eine Betonungsfunktion sowie 5-Lichtmodi, hoch, mittel, niedrig, blinkend und auch SOS-Rufen um Hilfe. Darüber hinaus hat die Taschenlampe laut Hersteller eine Brennzeit von bis zu 6 Stunden bei Werkzeug-Hierlichkeit. Dieses Design wird von der WID-AIR aufladbaren Batterie mit einer Kapazität von 3350 mAh angetrieben. Mit einer Taste haben Sie die Kontrolle über alle Funktionen der Taschenlampe. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Linkaxe LED-Arbeitsleuchte. Diese Linkaxe LED-Taschenlampe ist eine praktische Arbeitsleuchte, die nach Angaben des Herstellers eine fantastische Lösung für Sie sein kann, besonders wenn Sie in der Werkstatt, Garage oder unterwegs arbeiten. Es hat drei intensive Cop-LEDs, die zusammen maximal 240 Lumen erzeugen. Wenn Sie eine einzelne Lampe einschalten, erhalten Sie 80 Lumen Lichtergebnis. Die Stromquelle für dieses Modell besteht aus zwei wiederaufladbaren Lyonenbatterien 14500. Sie werden zusätzlich ein Micro-USB-Kabel entdecken, um die Lampe aufzuladen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die HILITE LED-Taschenlampe. Das Gehäuse des HILLED 2500 P1 2500 LED-Brenners von HILITE besteht aus robustem, flugzeugtauglichem Leichtalluminium, das das Licht gegen Wasser und auch gegen Effekte abschirmen soll. Nach Angaben des Anbieters ist diese Taschenlampe eine gelungene Mischung aus hoher Leistung sowie einem brandneuen optischen System. Das eingebaute Armband sollte für eine bequeme Handhabung sorgen. Darüber hinaus berichten Amazon-Verbraucher, dass das Licht ständig risikofrei in der Hand ist. Es wird sowohl durch den Dreh als auch durch den Gleitkopf ein- und ausgeschaltet. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen.